Naruto 1986 Herzlich Willkommen zu von Peace Pirate Royale 3 zu Part 27 das gibt es noch darüber aufgehört haben und let's go Alter, das nervt doch gerade derbe Leute, das nervt mich schitzig So Jetzt nimm das, Alter Jawohl, wir haben's Wow Da hat gerade einen Schlag ausgereicht davon Ein letzter Angriff, Robin Jawohl Sehr gut gemacht Hab dich Oh, wir haben dich Vielen Dank Knochenballon Greif Ausbauern Alles klar Komm Mach dich mal ein bisschen gerade Viel Glück Komm Was? Schuka Game over aus Muß Das Ciao Gewonnen Ganzer Rückgrat gebrochen Ach, hör dich Tja, hab dich Äh, dich krieg du Panner Pass bloß auf So So So, Freundchen Jetzt komm ich zu dir Salami Dann nimm das, Alter Und Und Ja Ja Komm, Moria Die gleiche Partie kannst du nochmal haben Noch einmal die gleiche Abreibung Und Setzt rein So Weil ich noch ein paar andere Techniken gezeigt habe So Freundchen So Jetzt Dritter Gang Nimm das Bam Komm runter Moria Homography Komm Ja Komm schon Ich brauch noch einbalken Dann hab ich dich, Freundchen Oh Habt ihr schon Vergiss es radar k Black Box! Kutakero! Korea Senkuu da! Kamei mitai da wakazuu ga Kono Umi de dekeitsura suru to doon nal ka? 7.20.20. 2.20.20. 2.20.20. 2.20.20. Ach, dann komm mal genau hin! Penner! Bakazuarou.,. Wisasô? Um zeus د TSUiseru! Keroa Sen 알z. 3.20. 1.20.20.20.20.70. Ba engren! 2.20. волken! Keroa Especially Wiezen! Jet-Granate! Spuck aus, Alter! Spuck die Schatten aus, Idiot! Und besiegt! Spuck! Spuck! Luffy! Das ist nicht so, ich bin zu verabschieden! Das ist nicht so, ich bin zu verabschieden! Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht verletzt habe, dass ich mich nicht verletzt habe. auf keinen Fall aber ich finde es richtig geil wie wir bald dann englisch das alte Ding rum haben dass wir dann englisch zu der neuen Welt Charakter kommen können englisch ja auf den neuen Charakter äh Ruffy freu ich mich schon wenn wir den englisch kriegen für die neue Welt Ruffy wenn wir den englisch kriegen darauf freu ich mich schon englisch neue danach neue ganz neue Gung-Gum-Attacken ooooh ja und das wenn du mit dem das muss ich jetzt zuvor eins sagen wenn du hingehst ja entschuldigung mir hat das Mikrofon komm wohl ich gar nicht wenn du Ruffy noch so spielst kannst du dann den Gear 2 auf Kreis noch machen aber wenn du den äh 2 Welt Ruffy hast geht's nicht mehr dann hast du die anderen Gung-Gum-Attacken und diese neueren und dann geht's nicht mehr dann musst du den ähm Gear 2 auf dem Knopf einsetzen wie du ihn jetzt einsetzt also auf hochkommens ist kattet er zwei muss man den dann einsetzen das sei der in der Jungen schluss die jahre das ist die Berliner Kronen und Künstler Kanteistern Kronenbizzerweite die neuen Welt der Wettbewerb die Klinik in der Runde Topp der Klinik wenn man schon die Bilder gesehen von dem vom neuen Zorro von der neuen Welt und Nami mit ihren du weißt schon und das heißt, dass wir auch bald die Charaktere auch bald spielen können auch den neuen Ruffy oh Ja, ja, das kennen wir. Ja, das ist das. Wenn du dich so an, dann schau dir das Gefahr. Na, du bist. Du bist so schwerer. Warum? Das ist so schwer. Du schiefst! Das ist kein Problem. Du bist egal. Ich bin nicht sicher. Wo ist dieser Mann? Hey! Hast du schon gelebt? Wo ist der Mann? Was ist denn hier? Was? wird richtig lang kriegten richtig lange epistopier parts kommt da richtig viel raus kommen viele richtig lange parts raus doch da kam von einer noch nie ja kann man sie war nehmen immer und und so und es wird sich er ist jetzt witzig mit dem Ding, hier, mit Raffi aufm Klavier. Du bist doch tot Idiot. Oh. Oh, okay. Hahaha. Hahaha. Ich bin bloß Dad. Ich bin das Bruch, Bruch. Ich bin Hamster Bruch, der Name untertrahlt. Willkommen zu diesem Leben? Ich habe das Bruch. Okay. Tube Coutinho. Also. So. Tube Coutinho. Ja. Kondark. So. Kondark. So. So. Und so. Oh ja! Abenteuer im Star-Bar... Oh, die Archipel kommt jetzt, das ist klar! Schauen wir mal da weiter! Mit Ruffy... Siegel setzen... Ouka七部海バーソロミュークマに追い詰められた麦わらの一味だったが、ゾロの捨て身の骨やがてグランドラインを反周し、航路を横断する絶壁の大陸、レッドラインに到達する。 この大陸を越えて新世界に入るには、シャボンディ諸島にいる職人の手で船をコーティングしてもらい、深海にある巨人島を目指すしかない。 debate... 今回の船に運営するのはっちゃんとはっちゃんとは、うまく戦い渡ってしまった。 一方、街では天竜... そんな天竜人と、小競り合いが起こり、はっちゃんが撃たれた。 激怒したルフィは、天竜人を殴ってしまった。 事件はすぐに海軍に伝わり、いずれ海軍大将も現れる。 おお!八じゃないか! 何しとるこんなところで! れ、レイリー! Ready. So, was du? Was hast du jetzt gemacht? So, jetzt... Hey, was? Was hast du jetzt? Was ist dein Junge? Das Mugiwara-Bausch war... ...hier. Ich wollte dich sein. Trafalgar... Trafalgar... guter Name dunkler Königssilver Rise ready Kani siis no no you only curriculum óle yi it Kidta No oh no see oh don't nice ah not yi-kun ma il'docca Kansen ya guys I'm die Dördchen die Dördchen die Dördchen die Dördchen los geht's und kundig die Partei damit raushauen kann heute die Dördchen Okay, dann wollen wir losbleiben. Okay, dann wollen wir losbleiben. Komm, 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 ab ihr Pinner. Regen und Lanze. Komm schon da, jawoll. Warte, das hab ich nur gewonnen. Einsthaft, ihr wollt die Dagger kriegen. Gut, dann nimm das. Gehrt 2. Das wird was auch kommen. Und jetzt geht's hier richtig runter. Komm zusammen auf. Und jetzt ist es vorbei. Kauter! Jawoll. Ha, 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 ha. Ich bin sehr froh. Aha. Dann verschwinde mal. Ist ja noch voll reich. Okay. So. Ach, ihr schon wieder. Ok, so. Ich bin sehr froh. Ja. Schaden Корb. Ehh. Ich will die Sink- Ja, ich will die Sink, sagen. Ich will mir bei dir zuerst sagen. Ja, ich will mit dir zuerst kommen. Lass uns nicht. Ja, ohne Witze. Ohne Witze. Endlich diese blaue Jacke. Perfekt. Und gut, okay. Und Gatling. Aber ich finde es einfach nur richtig genial und richtig geil gemacht halt. Ähm, wenn... Wie das von Laura, wenn er sagt, Room, also Shambles. Und das ist nicht so, ich finde einfach den Angriffsteil... Diesen Angriffsteil... Diesen Angriffsteil... Denk finde ich einfach nice. So, das heißt, wir müssen uns direkt... Aha. Jawohl, davon sind die... Aber ihr haltet mich alle nicht hier auf. Prakete. Und... Maxlo und Gatling. Oh, mit Axt und Gatling habe ich ihn wirklich cool. So, dann machen wir mal hier schnell was rum ran. So, und jetzt... Axt und Gatling. Und... Schlanze. Dann machen wir mal Lanze. Ja, aber hier finde ich es genauso scheiße von Ding her, weil du da gucken musst, wie du laufen musst, weil das echt so total verwirrend ist, weißt du was? Da wirst du was? Dritter Gang. Achso. Vier. Drei. Bäm. Bäm. Hi. Nommi. Jawohl. Du bist so... Oh, der ist so... Bäm. Der ist so... Wow. Hold up! Nami! Sturm! Jetzt verschwindet doch mal alle hier! Weg, 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 weg! Ja, abgeben hier! Ab, Alter! So, den Schatz nehme ich noch mit und... Rakete! Jetzt! Warte! Und... Daneben noch Gewehr! Könnt ihr schon mal den größten Kammer abhauen hier? So, guck mal her, Freundchen! So, jetzt reicht der Penner! Hier muss wohl nicht hören, ey! So... Kommt her jetzt! Seid ihr so was von... ... benötigt! So... Ah, die lebt von dir! So... So... Ja, ich muss manchmal ein bisschen darauf achten... ...wie mein Ding hier drauf steht! Regen! Ganze! Warte! So... ... ... ... ... Alter, was willst du? Jetzt hau... ab, Alter, nervt mich schnell. Oh, Alter. Verschwingt doch mal hier. Oh, wisst ihr was, wenn ihr nicht verschwunden? Jawohl, wohnt nicht hier und dann haut ab. Und... Tschüss. Ernsthaft, ihr wollt nicht einen auf eurem Bock kriegen da jetzt. Haut ab. Jetzt verschwindet doch mal alle miteinander hier. Wo ich die Perle erst mal klatschen muss hier, das ist doch normal. So, verschwinde. So. So, ich kann doch schon mal nichts machen, Alter. Boah, Alter, lache ich jetzt nicht. So. Ich bin doch schon da. Scheiße, wieder da war ich jetzt nicht rechtzeitig da war. Fuck, Alter. Gut, ich beende hier jetzt so den Party, sehen wir uns im nächsten Party.